Stefan Raab Mitte vergangener Woche sorgte Moderator Stefan Raab für Aufruhr. Er kündigte sein Comeback an, zumindest für eine Live-Show, die er am 18. Oktober 2018 in der Lanxess-Arena in Köln spielen will. Die begehrten Tickets waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Fans können jetzt aber noch wieder zuschlagen, denn wegen der hohen Nachfrage wurde jetzt eine zweite Show angekündigt. Für den 17. November wurde nun ein Zusatzmin festgelegt. Der Auftritt soll ebenfalls in der Lanxess-Arena steigen. Die Ticketpreise liegen zwischen rund 50 Euro und knapp 94 Euro. Noch immer ist allerdings nicht wirklich abzusehen, was Käufer erwartet. Zwar werde er von seiner ehemaligen TV-Total-Band, den Heia Vuittonis, begleitet und es werde spektakuläre Gäste und Spitzenwitze geben, doch Einzelheiten sind derzeit nicht bekannt. Video, für Megan Makler bricht die Queen zu Weihnachten ein royales Tabu. den Heia Belle